Hey Leute, willkommen zurück zum Crash Bandicoot 1. Ja, klar, ne? Äh, ja, ich nehm mal wieder ein bisschen was auf und hab mir gedacht, ja, ne, muss. Aber Leute, was ihr grad schon vergessen könnt, ist, dass ich hier wahrscheinlich auch nur einen Gem finde, weil... Ich hab nen kleinen Tipp bekommen von der guten Shikoku, die sich sehr freut, dass ich spiele, das freut mich natürlich auch. Ja, hier war eigentlich auch ein Leben drin, Leute, ich war hier grad schon mal, irgendwie hat die Aufnahme auf einmal abgebrochen aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, ja, sie hat mir da einen kleinen Tipp gegeben, wenn ich die Gems haben will, dann muss ich in den meisten Leveln einfach alle Kisten sammeln. Und, ne Leute, das ist absolut, absolut unmöglich für mich. Ähm, das Ding ist nämlich, wenn man einmal stirbt, hat sie gemeint, äh, dann sind alle Kisten wieder da. Ja. Ist total fair und so. Von daher, äh, nein Leute, ganz ehrlich, ne. Ganz ehrlich, ne. Das ist doch Arsch, ach, wenn die Viecher rollen, dann, ah. Okay, Leute, wenn ich das Viecher jetzt besiegt habe, dann, äh, wird ein Safe State gemacht. Ich will mich hier ja auch nicht frusten oder so, ist mir einfach egal. Deswegen, nö, ist doof. Ich will euch das Level ja auch nicht hundertmal zeigen. Wenn man das Spiel früher gespielt hat, dann musste man das auch wirklich machen, hundertmal. Und dann ist man zwischendrin auch Game Over gegangen und durfte den ganzen Rotz nochmal machen. Vor allem bei diesem tollen Spiel hier, wo die Speicherpunkte ungefähr so fair gelegt sind. Ich weiß grad keinen Vergleich. Oh, ne, 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 mein Freund, du rollst dich mal hier. Roll dich mal hier zu Tode. Kannst du da grad drauf wetten. So. Gespeichert. Ach, da wäre ja auch noch ein Checkpoint. Awesome. Nein, ich roll mich hier nicht in den Tod, äh, wedel mich oder whatever. Äh, hatte ich bei der letzten Aufnahme. Ist schön. Ist richtig schön. Macht Spaß. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, Teil 1 ge- Ehrlich? Ja, wir hatten auch mehr Leben am, äh, in der letzten Folge, weil, ja, ich hab dieses Level halt schon gespielt. Bin ein paar Mal drauf gegangen. Unter anderem auch genau an dieser Stelle. Ja. Also dieses, der erste Teil gefällt mir nicht so. Okay, wenn ich da oben bin, gibt es ein Safe State. Das gibt's nicht. Ich hab nur noch ein Leben. Das geht nicht. Ähm, das gefällt mir nicht so. Ich weiß auch nicht. Weißte, ey. So, Leute. Ganz einfach. Ich will nicht Game Over gehen, weil die Speicherpunkte sind hier scheiße. In den nächsten beiden Teilen ist mir das egal. Kann ich euch schon mal so sagen, weil man kann immer, wenn man aus einem Level raus ist, sofort speichern. Was eindeutig besser ist und was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum sie es gemacht haben, weil, äh, das hier ist einfach nur Arsch. Bonus Level finden, damit man speichern kann, ist doch echt unfair. Ähm. Und, ja, deswegen wird es auch in den anderen Leveln da nicht vorkommen. Ne, 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 mein Freund. Du machst ruhig nochmal weiter. Roll dich nochmal ein bisschen durch die Gegend. Das ist super. Kannst du machen. So, jetzt mit dir auf den Senkeln, will das Vieh. Ähm. So, hier muss man auch sehr aufpassen. Hier wird mal ganz schnell mal gefressen. Auch hier von Checkpoint. Achso. Ja, ist ja gut. Ähm. Ja, und deswegen ist das mit dem Game Over auch nicht so eine Qual wie das hier. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Ja, und ich meine, jetzt wurde mir auch gesagt, hier muss man auch mal zurückgehen dann. Ich probier das jetzt einmal. Ich mach nochmal ein Safe State und will mal gucken, ob da jetzt was ist. Das ist ja das Schöne an den Emulator. Ah, seht ihr? Mal gucken mal da hinten. Also wenn man, wirklich, also wenn man alle Kisten sammeln möchte, was ich nicht möchte, definitiv, äh, dann findet man dort immer nochmal welche. Ist vielleicht ganz schön für Leute, dass wir da immer ein Problem mit hatten und das nochmal spielen möchten oder so. Kann man dann ja mal machen. Ich mach's nicht. Das ist mir jetzt schon klar geworden. Also bei den anderen Spielen könnte ich mal versuchen, ein bisschen mehr zu finden auch. natürlich werde ich auch machen, aber hier... Nee, nee, nee. Und jetzt werde ich nämlich auch hier was machen. Ich möchte nämlich gerne mal wieder eine Bonus-Round schaffen. So. Äh, ja. Ach, warte mal. Ich glaube, das ist dafür gedacht. Ja, das ist dafür gedacht gewesen. Und das ist mir zu doof. Oh, das ist ja richtig, richtig Arsch manchmal. Ich geh jetzt einfach nur durch. Ich feige auf die Kisten. Ganz ehrlich, Leute. Wie soll man das schaffen? Da komm, da komm. Ja, noch ein Leben. Und hier noch zwei Leben. Sehr gut. Ach so. Ach so. Was sie auch noch meinte. 22% komplett, oder? Das ist ja schön. Was sie auch noch meinte. Bonus-Rounds zählen gar nicht zu allen Kisten. Nicht in diesem Teil. In den anderen beiden weiß ich nämlich, dass sie zählen. Äh... Ne, äh... X, ne? X, ja. Gut. Also X wäre dann A. Bei mir auf dem Xbox Gamepad. Ja, hier sind auch zwei Schlüssel. Genau. Bonus-Level sind für Schlüssel, glaube ich, meinte sie. Und die Schlüssel sind für Secret-Levels oder sowas. Puh, ganz komisch. Also Leute, Secret-Levels oder sowas werdet ihr bei mir hier nicht sehen. Fürchte ich. Zehn von 32 haben wir. Okay. Und keinen von 26... Oh Gott, Leute. Ich fürchte, Secret-Levels werdet ihr bei mir hier auf keinen Fall sehen. Es tut mir leid. Ich bin dafür einfach zu mies. Ich will das hier noch ein bisschen Just for Fun nochmal spielen. Um so ein bisschen das Retrofeeling wiederzubekommen. Und ja, will mich hier nicht unnötig stressen. Ah, sehr schön. Danke. Auf gar keinen Fall irgendwie unnötig stressen. Wirklich zwei. Das sind die zwei da unten, die ich ver... Boah, die ich nicht gekriegt habe. Das wäre sicher ein Gem gewesen. Wie gemein einfach nur. Echt so gemein. Aber macht ja nichts. Wir machen einfach mal weiter. Ich glaube um... Ja, sind sechs Minuten dran, müssten wir sein. Ich kann leider meine Uhr grad nicht benutzen, weil ich hab grad Wäsche drin. Und da muss ich mir die Uhr stellen. Oh Gott, nein. Das Vieh. Ich kenn das noch. Irgendwo her. Oh ja. Ich glaube, da darf ich nicht draufkommen auf die TNT-Dinge. Ich glaube, da muss er draufkommen. Ich bin sonst... Hä? Oder muss ich da draufkommen? Warte mal. Oh ja. Ah, das ist schön. Hier muss man vorausplanen und wissen, wann er da drüber hüpft. Das hat ihn wirklich erwischt. Geil. Oh nein. Aua. Blödes Vieh. Nein. Toll, das war dumm. Oh, hier hat man sogar einen goldenen. Das ist ja cool. Oh Gott, das mit den TNT-Fässern ist ja... Nein, das war dumm. Das ist ja sowas von arschig. Ach so, dankeschön, du blödes Vieh. Spring mir doch auf den Kopf. Das ist ja super. So, im Grunde muss man nur richtig treffen. Äh, nein, das war doof. Jetzt habe ich hier einen Checkpoint gemacht. Das ist blöde. Na, wir haben einen Speicherpunkt zur Not. Gut, das hat ihn getroffen. Das ist ja schön. Äh, ja, im Grunde sind das ja ganz schöne Endgegner. Wenn sie mich nicht da untönen würden, die blöden Mistviecher. Äh, ja, aber eigentlich ist der auch ganz schön arsch. So richtig arsch. Also, er springt extrem oft in die Mitte. Ach, das gibt es nicht. Ich bin so schlecht in sowas. Oh Gott, Leute, ganz sicher nein. Ganz sicher nein. Ich bin echt so verdammt mies in sowas. Vor allem, weil die Perspektive so blöd ist. Och, wirklich. Hier werde ich exzessiv safe staten, Leute. Exzessiv. Oh, wie er jetzt immer nur in die Mitte springt, die Ratte. Ey, seht ihr das? Hammer. Ja, würdest du auch mal hier oben hinkommen, damit dich hier mal was trifft, mein Freund. Okay, das ist ziemlich... Okay, ich war... Also, Leute, das müsst ihr gesehen haben. Ich war auf der Plattform. Ich war doch echt auf dieser blöden Plattform drauf. Nein, 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 nein. Oh, das gibt es nicht, du Ratte. Das ist so ein kleiner Arschhase, ey. Oh, ich bin hier... Ich sag grad ziemlich wenig, weil ich mich versuche zu konzentrieren und einfach immer sterbe. Was ich nicht so nett finde von dem blöden Vieh. Ah, die explodieren auch zu anderen Zeiten. Das ist ja auch gemein. Seht ihr das? Die explodieren manchmal schneller und manchmal langsamer. Zwar kommt es mir zumindest gerade vor, aber irgendwie mag ich mich da auch ein bisschen täuschen. Okay, das ist ziemlich belanglos, was ich hier tue, merke ich gerade. Ja, irgendwie bringt das gerade überhaupt nichts. Irgendeine andere Taktik muss her. Kann man nämlich auch auf ein Gesicht hüpfen? Ich hoffe, weil er so ein kleiner Arschhase ist. Der springt eh gerade nur im Dreieck. Ja, komm, jetzt kriegst du Abkommen. Ja, sehr schön. Wie geil er lacht, ey. Das finde ich awesome. Aha, jetzt ändert er seine Pattern und das war dumm. Richtig dumm. Nein. Du bist doch ein kleiner Arsch. Aber seht ihr, er hat immer eine andere Pattern. Das ist gut, die müssen wir uns merken. Und dabei nicht ins Wasser fallen, weil ich gerade wieder zu blöd dafür bin. Wirklich, Leute, ey, das ist mir zu doof. Das ist einfach ein Arschentgegner wieder mal. Die werden aber auch im zweiten Teil besser, finde ich. Da hat man viel mehr Kontrolle über das, was man tut. Und auch die Sprungphysik wird ein klein bisschen besser. So habe ich zumindest in Erinnerung. Okay, Leute, ich bin völlig unkonzentriert gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bring das Ganze hier nur durcheinander. Sorry dafür. Irgendwie will das gerade so nicht. So, mal hier ein bisschen Konzentration. So. Jetzt den kleinen Arschhasen mal richtig eine verbraten. Sehr gut. Nein! Ich hatte ihn! Ich hatte ihn doch. Oh, das gibt's nicht. Ripper Roo heißt der auch. Ach so, ein Känguru. Oh Gott. So ein bisschen Jack the Ripper und Känguru zusammen gemixt. Okay, das war sehr doof. Ich hatte ihn nämlich. Aber... Das versuchen wir einfach gerade nochmal. Das sind ja relativ gleichmäßige Sprünge, die man hier vollführen muss. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, das ist ein Arsch. Jetzt springt er echt wie blöd hier rum. Oh, komm schon. Nein! Wirklich. Jetzt springt er also in so einem viereckigen Rhythmus hier so rum. Seht ihr das? Nur in der Mitte ist er nicht. Und in den Ecken. Oh Gott. So, safe. Mein Gott. Oh Leute, das war wieder eine Geburt hier. Das war wieder eine Geburt. Okay, wir sind so zwölf Minuten dran, meine ich. Ja, ich kann mir das ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Das ist ein bisschen blöde. Aber gut, wir haben ihn geschafft. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt gehen wir mal in die verlorene Stadt. Mal gucken, was jetzt kommt. Mein armes Herz. Das war auch gemeiner Boss. Wie der andere auch. War auch gemein. Und hier kommen wir nicht drüber. Das ist noch fieser. Okay, was ist hier? Hier wird jetzt ein bisschen mehr mit der Perspektive gespielt. Da es ja dreidimensional ist und auch zweidimensional meistens abläuft. Was ein bisschen schade ist. Was? Was? Kann man dich nicht töten? Ich wollte doch sagen. Kannst du mir das erzählen, mein Freund. So, jetzt müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen Leben farmen. Das ist ganz wichtig. Hallo? Könntest du bitte da drauf springen, Crash? Wer will nicht? Okay. Dann muss man das eben so machen. Ich glaube, die Kisten zählen auch nur, wenn man die Äpfel da rauszieht. Ich weiß es aber nicht. Ja, hier wird man schnell mal runtergestoßen und ist ziemlich tot. Aber ich habe es gesehen, Leute. Am Anfang sind noch zwei Kisten. Oh Gott. Tut ihr mir weh? Bitte tut mir nicht weh. Ich finde euch niedlich. Ich mag Kledermäuse. Und ich finde es gemein, dass ihr immer als böse dargestellt werdet. Obwohl ihr es gar nicht seid. Ich würde jetzt aber gerne mal versuchen, alle Kisten zu kriegen. Das heißt, man muss am Ende des Levels... Ja. Dankeschön. Am Ende des Levels nochmal zurück. Komplett. Das wird sicher nicht einfach. Aber ich werde mich hier einfach mal durchsafestayen und versuchen, mindestens einen Gemball zu bekommen. Ich habe auch gelesen, dass die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass die Endsequenz verändert sein soll, wenn man... Ach, wirklich? Oh, haben wir. Aber den kriegen wir leider nicht. Aber das Leben haben wir zumindest schon mal. Dass die Endsequenz anders sein soll, wenn man... Ich kann mich nicht ducken. Oh, das ist der Arsch. Okay, das war gemein. Äh, dass die Endsequenz verändert sein soll, wenn man mindestens drei Gems gefunden hat, meine ich. Dass man da ein bisschen einen kleinen Zusatz bekommt in der Sequenz. Ach, wirklich? Ihr seid doch echt gemein, Leute. Was soll ich denn da machen? Die blöden Viecher, die machen einen doch immer fertig. Okay. Okay. Stehen bleiben, nicht springen. Oh, ich mag Dinger nicht, wo man warten muss. Wer sich sowas ausgedacht hat, der gehört geprügelt. Oh Gott, oh Gott. Wie soll ich da hochkommen? Oh, ich weiß wie. Wofür sind wohl diese tollen Plattformen da, die man gar nicht gebraucht hätte? Dafür. So. Nicht dabei sterben, ist auch eine gute Idee. Schnell mal da durch. Ah ja, genau. Und die blöde Echse kriegt man nur tot, wenn man drauf springt. Das ist schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man ist nur safe hier unten. Ja, es gibt schon hier schöne Gimmicks, muss man sagen. So schöne Kleinigkeiten einfach, die sie hier eingebaut haben. Oh, aber da sind auch ein paar ganz schöne Arschis dabei. Hallo? Was bist du denn? Ach toll, den hätte ich nutzen sollen. Wisst ihr was? Für sowas habe ich das da gemacht. Okay, so mein kleiner Hopse mal und dann... Nein, nur eins bekommen, aber ist nicht schlimm. Das ist im Grunde das, was ich wollte. So. Ich möchte auch gerne mal so ein Bonus-Level schaffen und vielleicht so einen Schlüssel kriegen oder so. Das wäre doch sicher auch cool. Also ich würde ja schon gerne ein Secret-Level mal machen. Oder finden überhaupt. Machen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber... Das muss man erstmal hinkriegen, ne? Ist hier noch was? Nein. Dafür sind die Kisten und sowas einfacher zu finden, habe ich das Gefühl in diesem Part. Also in diesem... Ja... Teil der Serie. Denn das habe ich schwierige Erinnerung bei 2 und 3. Vor allem bei 3. Da haben sie es so wirklich auf die Spitze getrieben. Wie man es nur auf die Spitze treiben kann. Komm schon. Ja, genau. Seht ihr? Da oben ist das Ausrufezeichen und jetzt muss man nochmal ganz zurück. Wenn man es denn trifft und nicht dabei drauf geht. Sollen wir das einfach mal machen? Ach scheiße, ich bin schon drauf gegangen, glaube ich. Und das heißt, es sind eh alle Kisten wieder da. Aber in diesem Level würde ich es gerne mal versuchen, weil das war so relativ einfach bisher. Ich muss mal gucken, wie viele Boxen uns dann fehlen. Okay, die Stelle hier ist aber auch ziemlich gemein. Perfektes Timing wieder vonnöten. Da können wir abzählen. 1, 2, Sprung, 1, 2 und Sprung. Äh... Okay, was ist... Wie kommt man dahinter? Ah, hier. Oh Gott, was bist du denn? Nein! Gehst du weg? Du bist Arsch. Geh weg. Ich will nicht, dass du mir weh tust. Ja. Seht ihr? Äh, jetzt nur schön. Und man sieht nicht, welche Kiste hier was ist. Oder ob da vielleicht nur eine TNT-Kiste hinter steht. Das wäre ja auch ganz nett. Oh, ein Leben! Ah, und hier ist jetzt der dritte Kopf. Beziehungsweise der zweite. Und der dritte wäre dann ganz am Anfang der. Zu dem man nicht hinkommt einfach. Ich würde sagen, das Level machen wir gleich einfach nochmal. Und dann versuchen wir mal... Oh Gott, was ist das denn? Okay, das fände ich jetzt ein bisschen gemein. Ah, was ist das denn? Das ist ja richtig gemein, ey. Ja, dankeschön. Brauche ich euch nicht. Ähm... Ja... Oh Gott, ja, wieder so ein Fuzzi. Ja, moin! Das war so klar, dass der einen direkt ansprangelt. Kann man das viel loswerden? Ja, kann man. Immerhin etwas. Man muss auch zum Glück... Was? Was? Man muss auch zum Glück nicht alle Gegner finden. Sondern nur alle Kisten. Anführungszeichen nur. So. Was ist die kleine Fledermaus da? Die ruft die ja nicht. Denn sonst würden ja keine mehr kommen, wenn man die zerhackt. Okay, wir dürfen nicht da drüber, bevor... Okay. Uh, das ist jetzt Timingsache wieder. Das ist jetzt richtig schönes Timing wieder. Nein, seht ihr? Genau das ist es nämlich. Das ist es bei diesem blöden Spiel. Ja, jetzt haben wir das richtige Timing. Und zack. Gut, da sind die Fledermäuse. Das heißt, weg mit dem Vieh und dann sind keine mehr da, oder? Seht ihr? Beide Fledermäuse weg und dann bekommen keine mehr. Das ist ja richtig fies alles. Aber ich find's cool. What? 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 Was war das denn? Okay, man sollte sich die Patterns auch mal angucken, ne? Okay, das ist jetzt richtig fies. Das ist von wegen leichtes Level. Ja, ja. Ja, ja. Du mich auch. Nein, 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 nein. Puh. Alter. Okay, einen kleinen Save wieder. Ich save mich ein bisschen durch. Wir wollen ja erstmal nur das Level kennenlernen. Äh, hallo? Ja, wie soll man das bitte machen? So, okay. Manchmal sind die hier richtig, richtig übel drauf mit ihren blöden Timings. Was? Was? Nein. So. Und zack. Und zack. Und komm her. So was ist auch fies. Stellt euch mal vor, das wäre die letzte Kiste gewesen, die wir gebraucht hätten und hätten die dann verpasst. Werde ich machen, aber nur mit Save Stains, ganz ehrlich. Also ich werde es mal versuchen, bei ein, zwei Leveln und bei dem hier vielleicht. Obwohl ich wüsste vielleicht noch eins, wo man das mal wirklich, wo man das mal versuchen könnte. Hm. Ach nee, ich wüsste es nicht mehr. Scheiße, welches war das erste oder... Ne, das erste war es garantiert nicht. Ach komm, fall auf die Kiste, ganz ehrlich. Das war, glaube ich, das dritte Level oder so. Ne, welches war das? War das das dritte Level, Leute? Ich müsste nochmal im alten Partner gucken. Aber den habe ich ja gerade, also nicht parat, weil ich meine... Sehr gut, Bonus Level. Oh Gott, das Level ist aber ganz schön lang. Oh, ich sollte eigentlich auch schon Pause machen. Aber das nehmen wir jetzt noch. Oh Gott. Seid ihr denn noch... Seid ihr denn des Wahnsinns, Leute? Ja. Wie soll das denn bitte gehen? Wie soll das denn bitte gehen? Ist mir egal. Ich will nur durchkommen, da gibt es noch Bonus Leben. Okay. Puh. 27 Prozent. Dankeschön. Es wäre schön, wenn man sich durch die Bonus-Level noch ein paar Extra-Kisten holen könnte, damit man auch mal ein paar übersehen kann. Das wäre angenehm. 12 von 32. 20 Level warten noch auf uns. Ehrlich, hätte ich gedacht, dass das so groß ist. Heftig. Ist ja so groß wie Super Mario World oder so. Okay. Na gut. Ja, die Bonus-Level kann ich echt haken. Also ich werde nochmal im nächsten Part vielleicht eins der ersten Level einfach mal probieren, alle Kisten zu sammeln. Bei Level 2 oder so. Einfach mal so just for the lols. Ja. Okay. Ja, seht ihr? Ne, hä? Wir haben doch schon eins aktiviert. Aha. Guck mal an. Guck mal einer. Schau. So und so. Gut. Ja, noch ein Leben. Noch ein Leben. Zum Kleben. So, Leute. Ich finde das Retro-Feeling echt cool. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß, auch wenn es ein bisschen Arsch ist manchmal. Ganz ehrlich. Wenn man dann auf so einer Plattform eigentlich schon draufsteht und trotzdem runterfällt. Das nächste Mal schauen wir uns dann die Temple Ruins an. Lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Ich freue mich immer sehr darüber. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crash Bandicoot. Tschau, Leute.